Mein Name ist Saskia Burbach, ich bin 20 Jahre alt und mache meine Ausbildung hier in der IT-Abteilung von der Bitburger Braugruppe und die Ausbildung nennt sich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, dauert drei Jahre und ich bin aktuell im ersten Lehrjahr. Ich habe mein Abi gemacht und hatte da in der Schule eben auch Informatik und das hat mir total viel Spaß gemacht und dadurch bin ich halt auf die Idee gekommen, habe mich informiert und das hat eigentlich alles zu dem gepasst, was ich machen wollte und dann habe ich mich halt auch beworben. Bitburger hat halt schon einen sehr guten Ruf und das kann ich auch nur bestätigen. Man bekommt viel Verantwortung, die man eben selber übernehmen darf. Ja, wir sind aktuell zehn Azubis hier und wir verstehen uns auch gut untereinander, wenn man sich auf dem Flur zwischendurch mal trifft und unterhält man sich auch mal übers Wochenende. Ja, das Spannende ist halt, dass man eigentlich mit sehr vielen Abteilungen und unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommt und für die dann auch Anwendungen entwickeln kann und auch denen ihre Arbeit dadurch sieht. Ich habe zum Beispiel eine Anwendung für die Produktreklamation gemacht. Wir haben zwar extrem seltene Reklamationen, aber wenn dann welche da sind, müssen die natürlich auch ordentlich aufgezeichnet werden, damit man auch später noch mal darauf zurückgreifen kann und Veränderungen sehen kann. Und jetzt aktuell sind wir dran, Lernvideos für die anderen Abteilungen zu drehen, weil wir auf ein neues Office-Produkt umgestiegen sind und den Leuten das ja auch beibringen müssen. Bitburger steht für mich für Begeisterung. Einerseits eben, weil wir versuchen, unseren Kunden mit den Produkten zu begeistern und speziell für die IT eben auch, dass wir versuchen, die anderen Abteilungen und die Mitarbeiter mit unseren Anwendungen zu begeistern und denen dann praktisch auch den Arbeitsalltag zu erleichtern.